Es ist scheiß kalt. Warum laufen wir? Du hast die Schlüssel geklaut? Das ist mein Wagen! Riesen-IQ, großartig bei den Marines, aber du hast aufgegeben. Rogen, kleine Vergehen. Und immer ohne John. Wer sind Sie? Dein Vater hat mir das Leben gerettet. Den sagt, du bist freiwillig. Jungs, heute war ein sehr emotionaler Tag. Und wieso auch immer ihr Axi an den Kragen wollt, was bestimmt wohl begründet ist, wäre ich euch dankbar, wenn ihr uns in Ruhe lassen würdet. Verzieh dich, Opa, sonst tust du dir noch weh. Manieren machen uns zu Menschen. Ihr wisst, was das bedeutet. Zusehen und lernen. Wollen wir hier den ganzen Tag nur herumstehen oder kämpfen wir? Entschuldige bitte. Ich musste etwas Dampf ablassen. Was siehst du? Ich sehe großes Potenzial. Kingsman ist ein internationaler Geheimdienst. Wir operieren auf der höchsten Geheimhaltungsstufe. Wenn du dich anpackst, kannst du dich verwandeln. In Einspielung. Interessiert? Oh, ja. Sie lassen sich hiermit auf das gefährlichste Bewerbungsgespräch der Welt ein. Wir sind hier, um ihre Grenzen auszutesten. Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Sie auf das Böse da draußen vorzubereiten. Wenn ihr mir Blut auf den Teppich schmiert, müsst ihr den komplett austauschen. Ich kann einfach kein Blut sehen. Du hattest Mitleid mit den Kleinen. Er eignet sich genauso zum Kingsman wie die anderen. Sogar noch mehr. Die Menschheit ist ein Virus und ich bin das Heilmittel. Klingt so, als würden dabei viele draufgehen. Interessiert mich ein Scherz. Du miese Zecke! Ich habe das alles nie gewollt. Ich wollte nie an den Spielen teilnehmen. Sondern nur meine Schwester retten. Und verhindern, dass Peter getötet wird. Miss Everdeen. Es sind die Dinge, die wir am meisten lieben. Die uns zerstören.